Ladies and Gentlemen, ich bin wieder hier in meinem Favir, oder wie auch immer, keine Ahnung, mir ist gerade irgendwie spontan sowas eingefallen, hab gedacht, ey, das probierst du jetzt mal zu, aber ja, nee, egal, also, willkommen zurück, ich hab ne ordentliche Liste, die ich abzuarbeiten hab, mal gespannt, wie viel ich heute davon schaff, letztes Mal hat ja wieder nicht alles wie gehauen, ja, aber ich glaub, ich bin ziemlich fit nach meiner Frühschicht, und, ähm, vielleicht kriegen wir sogar drei Folgen heute, hierhin, schauen wir mal, ich hab mir auch angewöhnt, dass ich in Zukunft nur noch eine Folge pro Tag veröffentliche, weil sonst, ich komm einfach nicht mehr hinterher, muss ich euch sagen, ja, es ist einfach too much, ähm, also, mit geschäftlich, privat, und, äh, hier aufnehmen und so weiter, das ist echt ein bisschen viel, der Gast hat Geburtstag, dann bringen wir dem, der Gast ist der Wirt, oder, ja, ja, genau, der Gast, pass auf, ich guck mal kurz, was der braucht, ich hab die Liste diesmal sogar in der Nähe liegen, äh, Moment, nicht ganz, nicht ganz griffbereit, aber, hier, Orangen mag der, oder Escargotten, ne, Fisch kriegt er nicht, oder Diamanten, ja, wer mag nicht Diamanten, Diamonds are our girls best friends, das haben wir ja schon mal gehabt, so, jetzt gucken wir erstmal, Weather Report, Beautiful and sunny, wunderbar, Fortune, Are very displeased, They will do their best to make your life difficult, oh, 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 ist aber auch nicht gut, Living off the land, Gibt es irgendwas Neues, Let's talk corn, It's an unusual crop, because it's last for two seasons, Ja, das haben wir schon gehabt, okay, Passt, ähm, Also, eine Orangebrauerisch, Na also, Und es gibt noch ein paar Tiernamen zu benennen, Was ist hier los, Well, I know a couple of recipes, I thought I'd send you one, Maybe I'll help you mine more, or, or, or something, Take care, Was? Well, I know a couple of recipes, I thought I'd send you one, Maybe it will help you mine more, Or, or something, Take care, Clint, Ja, wo ist es? Ja, super, Hab ich schon, oder was? Clint hat mir ein Rezept geschickt, Aber ich weiß nicht welches, Super, Ah, Pferd ist wieder da, Wo es angefangen hat, So, Jetzt erstmal, Jetzt muss ich mal durchgucken, Niklas Tedaran ist hier, Wommi ist keiner von unseren Zuschauern, So, Pass auf, Wir hätten, Pass auf, Wir hätten zum einen, Oh Gott, Wer wollte mal alles benannt werden? Der Buxit, Alias Bux, The Bux ist jetzt hier, In the Bux, Ja, Du bist eine Ente, Bux, Da kannst du jetzt machen, Was du willst, Da bist du eine Ente, Äh, Der Niklas ist eine Ente, Cero, Das ist noch offen, Und das wollte, Wer wollte unbedingt Void-Hohn sein? Keine spezielle, Aber ich hab noch den Bobby, Den Bob-In-Nator, Den Bob-In-Nator, Ja, Das Ding liegt da, Also, Entweder Bob oder Bobby, Ey, Komm Bobby, Komm, Bobby-Nator, Du bist Bobby, Okay, Du bist das neue, Geschlüpfte, Äh, Huhn, Äh, Hier, Void-Hohn, Genau, Und dann hab ich noch einen Namen zu vergeben, Muss ich mal gucken, Stewie, 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 Stewie ist auch keiner von euch, Oder? Bux-Wahn ist vergeben, Gunther ist vergeben, Gucki, Gucki ist keiner von euch, Aber das passt irgendwie nicht so richtig, Gucki, Toni, Toni ist keiner von meinen Zuschauern, Oder? Gucki und Toni, Sind noch so viele unbenannt, Also ich, Nicht nach euch, Kurt, Irgendjemand wollte, Dass ein gut Kurt heißt, Chaos ist klar, Auch ein lieber Zuschauer, Leder Pony ist klar, Gunther ist klar, Hm, Ich würd ungern eigentlich die Ziege nehmen wollen, Ähm, Basuf, Folgender Deal, Ich hab was, Ich hab ne gute Idee, Warte, Nimm mal das Pferd, Das ist jetzt, Das wird mir wahrscheinlich noch sehr oft passieren, Dass ich vergesse, Das Pferd zu benutzen, Aber, ähm, Ich versuche es, Regelmäßig, Ja, Das ist also, Ich bin, Wenn es dann was Neues gibt, Ich bin ja so gedanklich, Der absolute, Chaos, Fuzzi, Hm, Basuf, Ich hab noch eine, Namensgebung, 9 Uhr, Okay, Alles klar, Ich wollt sowieso zu Marni gehen, Wegen Shane, Der hat ja 10 Herzen, Und ich bin immer noch der Meinung, Es gibt noch einen Trigger für 10 Herzen, Auch wenn im Wiki übrigens nichts drinsteht, Über einen 10 Herzen Trigger, Also, Gerade bei Shane zum Beispiel, Hab ich jetzt geschaut, Ja, Also, Dass da irgendwie ein spezielles Event startet, So, Geh mal direkt mal rein, Ne, Hier startet leider auch nichts, Marni noch in der Kiste, Da schon unterwegs, Komm, Hör auf, Ach Mann, Ich wollte eigentlich das Tier jetzt hier, Und Shane ist auch schon weg, Na, Shane ist ein Zocker, It's a Mega Station, There is a game in it, But it's rooted through, Through a Code Sultan XL, Hä? Okay, Looks like someone's been cheating, Es ist eine Mega Station, Da ist ein Spiel drin, But it's rooted through a Code Sultan XL, Also, Irgendwie gesperrt durch ein Code, Oder wie? Through a Code Sultan XL, Looks like someone's been cheating, Ach so, Der benutzt ein Code für das Spiel, Um zu cheaten, Okay, Ah ja, Alles klar, Shane, Wir wissen mal, Wo der Haken hängt, Ich bin ein Cheater, Shane der Cheater, Hey, Ich hab schon einen Namen für die Folge, Ne, Da gibt's noch ein wesentlich anderer Ding, Aber ist keiner mehr da, Sehr komisch, Jetzt wollte ich noch ein Tier kaufen, Jetzt bleibt das aus, Mist, Oh, Das muss doch die Ziege hier halten, Das mit dem Pferd ist noch nicht raus, Weil die Folge noch nicht online ist, Die hab ich für jetzt den Feiertag, Äh, Online gesetzt, Was ist denn? Eben konnte ich noch durch, Bin ich jetzt verpackt, Oder was? Ach, Hör auf, Was ist denn das jetzt? Wieso kann ich, Jetzt muss ich außen rumrennen, Ist das eine Zeitersparnis? Nein, Definitiv nicht, Was soll der Käse jetzt? Äh, Naja, Also wir brauchen auf jeden Fall eine Orange mit, Hallo? Für, äh, Gars ist eine Orange? Jetzt, Ist das jetzt klar auf, Ne, Okay, Es geht, So, Okay, Gehen wir mal kurz hier unten in die Crops rein, Gucken wir mal kurz, Was hier abgeht, Hier müssten doch, Ich wollte gerade sagen, Die, Die anderen zwei müssen auch noch fertig sein, Passt, Sehr schön, Gucken wir mal, Wie lange die anderen noch dauern, Hier unten ist alles noch am Wachsen, Ähm, Ich hab jetzt auch von jemandem einen Kommentar bekommen, Von wegen, Äh, Die, Die Mega-Crops, Die soll es gar nicht in diesem Greenhouse geben dürfen können, Sollen werden überhaupt, Oder so, Ja, Also wirklich nur hier in der, In der freien Natur, Äh, Auf der Farm, Dann ist allerdings die Frage, Sind das eventuell die Speed-Growse, Äh, Doch interessanter zu benutzen, Ähm, Statt die Quality, Äh, Fertilizer, Damit das auch funktioniert, Ja, Wir haben ja ein paar 3x3 Felder, Damit es mit den Mega-Crops ist, Ich bin mal gespannt, Ich bin echt mal gespannt, Wenn die ausgewachsen sind, Ich weiß dann immer noch nicht, Wie es wirklich funktioniert, Ob das wirklich direkt, Sobald die ausgewachsen sind, Äh, Entscheidet sich, Ob da Speed-Crops dabei sind, Oder nicht, Oder ob, Ähm, Oder ob, Was wollte ich sagen, Oder ob ich die dann noch ein bisschen stehen lassen muss, Also jemand hat ja geschrieben, Soll ich noch ein bisschen stehen lassen, Aber es ist nichts bestätigt, Es ist nicht, Oh, ich hab mal, Ach ja, genau, War ja noch was mit den Bomben, Das müssen wir auch noch in dieser Folge, Also nicht in der Folge, Aber in dieser Aufnehmen-Session müssen wir das noch machen, So, pass auf, Ich weiß, Ich kann noch irgendwo scharf, Äh, Hier, Äh, Wolle holen, Geh mal her, Geh mal, Ja, Also manchmal das mit Klicken klappt irgendwie nicht so, Bleibst du mal bitte stehen, Ey, Ich werd gleich aber komisch, Was ist denn da, Herr, Ich sperr, Ich spalt wieder ein, Check, Ich hab's noch wohl reiten, Oh ja, Jetzt ist das wieder alles leer, So, pass auf, Wir hatten hier noch ein bisschen Kohl, Äh, Kuhmilch, Milch, Einmal Ziegenmilch, Einmal Ziegenmilch, Larch sogar, Sehr gut, Ist in Freiheit, Vielleicht ist das doch hier eine Auswirkung, Ne, Soll ich wieder normale Milch bekommen, Gut, Ich hab die aber auch schon lange nicht mehr gemolten, Insofern müssten die eigentlich alle was haben, Du was, Guten Tag, Jetzt, Jetzt muss ich nochmal gucken, Ne, Ich will das jetzt mit dem, Mit den Namen weg haben, Ich will meine Liste endlich mal wieder streichen können, Der gibt was, Der gibt, Aber garantiert gibst du was, Guck mal her, Ach komm, Ja, Ich stehe auch vorne dran, Das kann ja gar nicht funktionieren, Wenn du vorne dran stehst, Du kannst dich von vorne melken, Das geht einfach nicht, Lila Pony, Irgendeine Ziege muss ich jetzt noch, Komm her, Ich hoffe da, Gucki, Gucki, Gucki ist keiner von euch, Leute, Beschwert euch, Wenn ich jetzt irgendwie Namen lösche, Oder kill irgendwie, Aber ich glaube, Gucki war, Ne, Parent Lila Pony, Ey, Das ist ja geil, Passt, Das passt sogar gerade, Pass auf, Und zwar, Hat mir der Mike geschrieben, Ich soll doch bitte ein Tier, Nach seinem Sohn benennen, Fand ich eine total schöne Idee, Ja, Und, Der heißt Germaine, Und als Abkürzung hat er Jay, Englisch ausgesprochen, Jay, Ja, Nicht Jai, Und dann kriegt jetzt hier, Die, Die Ziege, Die, Ich hab das gar nicht mitgekriegt, Ist da ein neues geboren, Wann war das? Irgendwie verpennt, War das ganz am Anfang oder so, Vier Monate, Wie ist denn das jetzt, Vier Monate hier in dem Spiel, Das müsste ja dann, Vier ist ja eine Jahreszeit, Also ein komplettes Jahr, Keine Ahnung, Egal, Auf jeden Fall, Parent Lila Pony, Ja, Tut mir leid, Mike, Aber du musst dich jetzt mit Lila Pony zusammentun, Denn ihr habt zusammen jetzt Jay, Ja, Bekommen, Ey, Das passt gerade, Weil, Weil hier steht halt Parent, Nach dem Motto, Äh, Ja, Das passt, Ey, Cool, Da kannst du die ganze, Die ganze Linie nochmal nachvollziehen, Sehr geil, Okay, Also Jay ist jetzt mit an Bord, Ja, Wie alt ist dein Sohn eigentlich, Das würde mich noch interessieren, Das hast du nicht dazu geschrieben, Ähm, Vielleicht ist ja Mike schon 80, Und sein Sohn ist 60, Ne, Das glaube ich nicht, Ich denke mal eher, Dass es hier um ein Kleinkind geht, Eventuell um einen, Ähm, Ja, Bis maximal Teenager, Würde ich sagen, Ja, Aber ich schätze mal eher so, Lass mich mal schätzen, Mike, Äh, So 5 bis 6 Jahre alt, Ich schätze dich jetzt mal, Oh, Jetzt habe ich die Klappe zugeschaut, Komm mal, Das ist nicht so gut, Komm die denn mal rein, Kann ich die aussperren, Das, Das müsste man auch mal ausprobieren, Just for fun, Vielleicht an einem Tag, Ne, Warte mal, Wie müsste ich denn das machen, Damit es nicht gespeichert wird, Weißt also, Nach dem Motto, Ich mache mal einen Tag, Die, Die, Die Klappe zu, Und wenn ich weiß, Am nächsten Tag regnet, Dass die alle im Regen stehen, Ja, Ich bin doch kein Ohnmisch, Ich kann sowas tun, Ich kann doch sowas doch nicht tun, Leute, So, Da kommen jetzt die Bösewichte in euch heraus, Wer ist dafür, Dass ich die Hühner mal im nassen Regen draußen lasse, Ist echt die Frage, Ob die nicht trotzdem automatisch reingehen, Nach dem Motto, Nö, Die treten die Tür ein, Egal, Wäre mal interessant, So, Gas kriegt noch seine Orange, Ich habe die Trüffel, Habe ich noch irgendwo eine Spezialtruhe dafür, Wo habe ich denn eigentlich die Sachen aufgebaut, Ich wollte ja auch noch alles komplett umbauen, Das steht ja auch noch aus, Ach, Hier habe ich alles reingepackt, Okay, Cool, Keck, Wieso steht denn hier ein Keck, Wieso ist hier ein Keck drin, Was sind denn wieder diese Geheimnisse, Wo habe ich denn die Fruits hin, Das ist echt manchmal ein bisschen verwirrend, Leute, Ich muss dringend aufräumen, Also das mache ich auf jeden Fall offscreen, Da will ich euch nicht damit nerven, Wenn ich mal wieder meine Farm komplett aufräume, Weil die jetzt echt nötig, So, Ich will nicht, Ich will nicht, Dass die Tiere reinkommen, So, Und hier ist ein Keck, Ihr seid auch noch alle, Guck mal, Hier ist nichts am Ackern, Wieso, Ich bin wieder an Kohle, Damit ich neue Bomben kaufen kann, Ey, Also, Dann erstmal, Ich brauche Wine, Auf jeden Fall Wine, Weil der eine steht voll auf Wine, Das weiß ich noch, Spiceberry mache, Ich habe doch von irgendeinem Ding, Salmonberry oder so, Habe ich doch einen Haufen, Genau, Machen wir jetzt alles Salmonberry, Egal, Hauptsache, Ich habe was das hier am Arbeiten ist, Die dürften ja dann auch nicht so lange brauchen, Theoretisch, Ja, Das ist geil, Guck mal, Genau so macht ihr das, Genau so, Gedrückt halten, Nach oben und unten laufen, Zack, Fertig, Ich habe vorhin schon wie lange, Wie viel Zeit es teilweise angesprochen hat, In Anspruch genommen hat vorher, Mann, Ich kann kein Deutsch, Ähm, Weißt du was, Habe ich, Ne, Habe ich nicht, Mist, Warte mal, Was habe ich, Ich habe gerade einen Gedankengang, Ähm, Ne, Ach Gott, Ich habe keine Iridiumbarn mehr, Ich wollte jetzt die, Die Achsen mal, Ach Gott, Ich habe wirklich alles verpulvert, Stimmt, Ich habe ja die Sprinkler gemacht, Ja, Die Sprinkler, Leute, Die waren teuer, Die waren richtig teuer, Das muss ich auch noch alles umbauen, Das, Da kommt, Also ich will auch in Richtung Deko jetzt mal langsam gehen, Ja, Jetzt bin ich ja schon ziemlich, Naja, Nicht am Ende vom Spiel, Aber, Bin ich noch ziemlich weit, Äh, Dementsprechend, Was suche ich schon gerade? Achso, Mein Werkzeug, Müsste ja hier sein, Irgendwo, Ne, Ach ja, Ich gehe mal auf jeden Fall noch in den Wald, Wo ist mein Werkzeug, Mein restliches, Dich mache ich heute noch, Dich mache ich jetzt sofort, Das mache ich jetzt mal direkt, Habt das noch alles? Ja, Montag, Wie sieht es denn hier eigentlich aus mit Alex, Hier wird bald geheiratet, Lel, Hä? Ach, Habe ich schon gestern was geschenkt, Okay, Ähm, Pam, Du bist noch da, Okay, Dann können wir mal ja, Mal ab nach Calico, Bin ich bewaffnet, Ja, So, Jetzt, Jetzt holen wir unseren Spoiler mal, Ja, Da hat ja jemand geschrieben, Was es dann gibt, Aber Rex, Ich glaube, Du hast es beim ersten Mal, Wo du das erwähnt hast, Auch gesagt, Dass es dann dieses, Item gibt, Was jetzt kommt, Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, Auf jeden Fall, Äh, Trotzdem, Wie gesagt, Vielen Dank, Dass ihr mir Bescheid gesagt habt, Ich wäre ja im Leben nicht drauf gekommen, Wie mache ich das? Erst in die Hand nehmen, Und, Prismatic Shard, Hex, 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 Und hier ist das, The Prismatic Shard, Changes, Shape, Before your very, Eyes, This power is, Tremendous, Okay, Also, Diese power ist geil, Ich, 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 Tremendous Leute, Tremendous, 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 Wird doch ständig, Wenn er irgendeinen englischen Satz hat, Ist immer Tremendous drin, Ja, The Prismatic Shard, Also, Ja, Das Ding hat sich verändert, Und jetzt hast du, You found the Galaxy Sword, 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 Wie, Wie, Wie spricht man das aus? Sword, Sword, Oder? Der richtige Amir sagt, Sword, Der verschluckt das W, Sword, Galaxy Sword, 60, 80, 55, Bis 44, Ja, Ist besser, Aber, Hat kein, Hat kein Defense, Und kein Crit Power, Äh, Und Weight, Ich weiß gar nicht, Wie, 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 Wirkt, Also, Es zieht einfach nur, Oh, Aber, Ich kann schnell damit, Zu, Warte mal, Ja, Geht nicht so schnell, Ja, Also, Definitiv ein Unterschied, Also, Ist schon besser, Auf jeden Fall, Komm, Wenn da wir mal liegen, Dann nehmen wir sie mit, Neck, Was drin ist, Drei Steinhärtschen, Glückwunsch, Ähm, Ne, Mine rentiert es ja überhaupt nicht, Stattdessen, Geh ich nochmal kurz hier, Ein bisschen in die, Äh, Ins Casino, Oh, Und wenn ich unterwegs, Natürlich noch eine Kokosnuss finde, Dann nehme ich auch noch eine Kokosnuss mit, Immer eine feine Sache, Das, So Sandy, Was geht ab, Kannst du mal irgendwas erzählen, Komm, Erzähl mir mal was, Hello, Hello, Sweetie, Ja, Hallo, Hallo, Was ist, I'm so glad, That the bus, I, Is back in service, It was starting to get lonely out here, Ja, Das sind ja genug Leute, Da hinten drin, I almost went out of business, Ja, Ist schön, Dass der bus wieder funktioniert, Ich übersetze das mal ganz schnell, Da war ja die Bitte da, Dass ich das übersetzen soll, Also, Ist gut, Dass der bus wieder funktioniert, Sind wir beinahe pleite gegangen, Hey, But now you are here to buy a whole bunch of seeds, Right, Sweetie, Ja, Jetzt bin ich hier, Um spezielle Samen bei dir zu kaufen, Baby, Warte mal, Dann muss ich auf die andere Seite, Okay, Chubab, Chubab, Starfruit, What the fuck, Wann? Summer, Oh my god, Der Wiffelhammer 8, Passt, Ey, Starfruit, Rhabarber, Rhabarber, Was ist das? Spring, Okay, Das ist vorbei, Nehme ich aber trotzdem massisch mit, Ich habe ja gut Kohle, Ey, Ich habe ja so viel Geld gemacht, Und wenn ich alles verkaufen würde, Ich kann es nur wiederholen, Kokosnuss, Brauche ich das jetzt zu kaufen, Sehr kurz, Beet habe ich aber, Beet habe ich im Fall, Beet habe ich, Ja, Ich glaube, Ich habe Beet, Doch, Ich habe Beet schon gehabt, Starfruit, Was habe ich denn nicht gekauft? Habe ich Starfruit Seeds zu Hause? Also 20 lang erst mal, Warte mal, Wir haben 8, Wir haben 8, Ich sind 24, 24, Habe ich die doch schon gekauft? Warte mal, Jetzt gehe ich mal kurz hinten rein, Mal kurz gucken, Was da so abgeht, Irgendwie welche Neuigkeiten gibt oder so, Hier ist dieser Mr. Kiegel, Ja, Keep it up, Kid, I think you're gonna be a Star, Yeah, Just ask me if you need anything, Ja, Ich frage dich immer, Wenn ich irgendwas brauche, Buy Quee Coins, 100 Quee Coins, Okay, Ne, Was geht hier ab? Psst, I have a statue of endless, Ach ja, Das war der, No way, Ich muss nochmal kurz bis so rum gucken, Wellwick, It's not my lucky day, Ooh, I drank too much, Ach ja, Genau, Ich habe ja auch heute meinen absoluten unlucky day, Hau, Hau, Leute, Es kommt halt einfach mal zwischen drin, Entschuldigung, Nicht, Dass ich wieder eine zu Tode erschreck, Ne, Ne, Das, Das mache ich mal bei Gelegenheit, Aber da ist doch ein Alien, Wieso komme ich nicht an den Alien ran, Oder sonst irgendwas, Ich kann hier auch übrigens noch eine Scarecrow kaufen, Und glaube ich, Ich glaube, Das war hier, Mir fehlen glaube ich noch zwei Scarecrow's, Die eine ist beim Flower Dance, So, Und die andere ist hier, Ich glaube, Das passt genauso, Ach guck mal, Hier ist das Alex, Man, Hey, Can't you see, I'm busy, I'm, 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 Wann heute wieder los? Ah, Ich bin, Ich bin, Ich bin, Ich bin allergisch gegen YouTube-Aufnahmen, Hahaha, Ne, Da wäre, Ich bin auf die Zunge gebissen, Aua, 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 Ich bin mit der Zunge, Ich bin fett, Boah, Hat mal jemand ein Tempo hier? Och, Gehen wir mal, Ey, Es geht ab, Man könnte es ja echt meinen, Voll die Pest, Mein YouTube-Aufnehmen, Machen wir kurz Pause hier, Leute, Da ist er jetzt live dabei, Da kann er machen, Was er wollte, Ich gucke auch noch mal ins Tempo, Hahaha, Ist das nette, Das geil, Faszinierendste überhaupt, Wenn man in ein Tempo reingeschnupft hat, Da guckt jeder noch mal rein, Was drin ist, Als ob es nicht jeder wüsst, Naja, Ich find's voll lustig, So, Jetzt gehen wir erstmal ein Pferdchen holen, Damit man ein bisschen schneller vorankommt, Da haben wir nämlich vielleicht auch noch das Glück, Dass es von der Zeit her langt, Ähm, In den, äh, Wo will ich hin? In den Wald, Wo hab ich denn das Pferd abgestellt, Weiß es noch jemand? Wo ist mein Pferd, Das unbenannte, Och Gott, Ich hab mein Pferd verloren, Ah, Da steh ich, Ja, Da bin ich echt der absolute Katastrophator, Das ist doch ein geiler Name, Der Katastrophator, Ja, Weil ich, Ich vergesse so schnell irgendwelche Sachen, Das ist unglaublich, Ich bin mit dem Pferd zwei Meter gelaufen, Und hab schon wieder vergessen, Wo es ist, Ja, Es ist, Tut mir leid, Es tut mir leid, Es tut mir leid, Wilson, Es tut mir leid, Träger Film, Ihr kennt ihn alle, So, Kass, Ich hab gehört, Du stehst auf Orangen, Du kriegst ihn mal eine Orangen, Du erinnerst mein Pferd, It's so hard to cook for her, Ah, Okay, So was mag ich auch nicht, Wenn man zu verschnägt ist, Hey, You probably have a lot of tasty crop grown in your farm, Hm? Ja, Ist klar, Logisch, So, Dann gehen wir mal eine Runde aus, Wie viele Leute sind hier, Eins, Zwo, Drei, Vier? Der hat ja schon sein Geschenk bekommen, Eins, Zwo, Drei, Vier, Das langt. Einer und der Pam, komm auf, trink auf mich. Hey, this is really something good. Ja, ja, ist schon klar. Was steht da drauf? I'm feeling positive energy from this gift. Ja, positive Energie. Ja, wir sind alle glückselig und total happy und alles. This is a fun gift. Da find's lustig. Oh, I'm crispy, how did you know this is my favorite gift? Ja, Shane, du Alkoholiker. Ich weiß Bescheid. Oh, die Starfoods können ich auch noch ausbringen. Oh, mach mal hin, ey. Das ist 10. Das könnte alles ein bisschen eng werden. Wobei die Starfoods, das langt ja noch vom, wie war das? 13 Tage, es ist, oh. Da dachte ich, ich kann blind im Hintergrund laufen. Ey, Ken, was geht? I don't know if I'll ever get used to being back home. Ja, komm. The peacefulness of the town feels like a mask. That's probably just me, though. Okay. Hä, verstehe ich nicht. Also irgendwie fühlt er sich hier nicht wohl, weil es hier zu friedvoll ist. Er kommt ja, ich glaube, er war Veteran, ne? Ich glaube, er kommt vom Krieg oder so irgendwie. Da ist es natürlich hier in so einer ruhigen Stadt hier, so eine kleine Star-to-Wallee-Dorf-Town mäßig. Muss der jetzt echt absetzen, um das Ding aufzusammeln? Okay. Kannst du es nicht vom Pferd aus machen, ey? Stell dir schon nicht so an. Aber das ist doch eine schöne Zeitersparnis. Komm, wir kriegen das noch hin. Habe ich mal eine Axt dabei? Ja, Gott sei Dank. Das wäre es jetzt gewesen, ey. Wie ist denn das eigentlich? Da steht doch jetzt zum Beispiel bei den Schwertern, na gut, das ist jetzt ein bisschen doof, nach dem Motto hier, bist du schneller unterwegs oder sonst irgendwas? Oh, hier, Fiddle-Ed-Fern, sehr schön. Zählt es, wenn ich es in der Hand habe oder zählt es generell, wenn es im Inventar ist, dann wäre ja mal die Überlegung da, soll ich einfach nur einen Haufen guter Schwerter ins Inventar packen und damit einfach mal hier so meinen Schleifzug machen? Ich weiß nicht, es wird spät, es wird spät, beeil dich mal ein bisschen, Chrisby, komm. Komm, hau mal rein, mach dir nicht so viele Gedanken über bessere Stats. Jetzt hau doch mal auf den Klutz. Wenn ich mit der Maus nach rechts drücke, ja, also auf D, und dann gleichzeitig noch nach rechts klicke, also dann müsste das doch eigentlich funktionieren, dass der Fuzi auch nach rechts schlägt, oder? Eieieiei. Ist das neu? Ich versuche, guck mal. Warte mal. Nee, ich komm nicht weiter hier. Also irgendwie, das, das, das fuckt es mich hier, ey, das gibt's doch nicht. Das sieht so aus, als könnte ich da rein, aber ich kann nicht da rein. Oh, ich muss mich beeilen. Auf, Pony, lauf! Wir haben noch keinen Namen fürs Pony, genau das habe ich schon erwähnt, weil die Folge mit der, mit dem Pony noch gar nicht online ist. Deswegen kriegt dieses Pferd noch kein, oh, ernsthaft, die mache ich weg, die mache ich weg, die mache ich weg. Ja, ist ja gut, wir sind ja gleich da, wenn ich mich nicht verlaufe. Das wäre es jetzt. Meine eigenen Farben verlaufen nach, keine Ahnung, wie viel 100 Aufnahmen. Oh, 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 oh. Geh mal weg da hinten jetzt, komm. Aus dem Weg! Aus dem Weg! Lass mich ins Bett! So, ja, Muschi schläft. Ich komme auch. Oh, perfektes Timing für eine kleine Pause. Was, 25 Minuten für eine Aufnahme? Da habe ich mich aber wieder wie ein Wind und Segel geredet, oder? Okay, Ladies and Gentlemen. Jo, machen wir ein kleines Poise. Da kann ich noch eine Kleinigkeit trinken. Kann schon mal abhaken, was wir bis jetzt erledigt haben und was wir als nächstes tun wollen. Also, bis gleich!